Ich höre doch auf, diese Scheiß-Dings-Deckung zu nehmen, du musst. Fast. Alles klar. Achso, jedes Mal, wenn er mich sieht, fährt er ein Stück vormwärts. Guter Schuss, Pierce. Der Weg ist frei. Schließen wir zu den Redfield auf. Geht ihr? Was hat er denn da für'n Nudelarm? Gefällt mir auf jeden Fall nicht. Was schießt denn da? Ich schieße hier auch noch. Ja, auf mich wird geschossen. Aua! Ei! Über mir? Unter mir? Die sind über mir. Wie nachladen? Ungünstig. Wie wärst du mal, wenn du mir Deckung gibst, durch den ich ja volle Idioten nicht hämt habe? Dieser Typ, ey. Geht mein bestes Mann. Ne, ich soll ja dir Deckung geben damit. Und der Typ hier, der mir Deckung geben sollte, der ist einfach nur scheiße. Ich werde doch nur den Typen hier rüber geschickt. Ich will auf die obere Ebene der Brücke. Wir treffen uns oben. Sie hört ja, wir treffen uns oben. Ja, gib mir einen Moment. Okay, jetzt muss auf jeden Fall gepusht werden, wo ich dich brauche. Ich glaube, der Typ hier hat ja auf dich geschossen. Pierce, ich lasse die Leiter runter. Kommen sie hoch! Oh, denn seine Beine sind mutiert. Er ist zu Kangaroo Jack geworden. Aber leider nicht so Handsome Jack. Ich höre ihn doch. Da ist er. Ich komme jetzt zu dir. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier vorne, wo ich gerade bin, ist eine Leiter runter. Vorsicht, er hat alles gepanzert. Ich habe ihm erst gegen die Beine geschossen, dann gegen den Arm. Ja gut. Da, wo ich, wo ich gerade, da vielleicht. Okay, dann kannst du einfach von da aus weiter. Ja, aber ich kann nicht runter. Oh, ich kann runter. Warte. Ja, mein Inventor ist eh voll. Oh, bis zum Moni. Oh, bis zum Moni. Oh, bis zum Moni. Ich möchte ruhig sagen, dass ich kein Fan davon bin, dass man mit 1, 2, 3, 4 nicht die Waffen wechseln kann. Wui. 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 Da kommt er jetzt auf einmal her. Der Feind kriegt Verstärkung. Finn, ich brauche dich hier. Ist einer vom Bravo Team her, kann nicht laufen. Gehen Sie erstmal ohne mich weiter. Finn? Niemand aus diesem Team wird zurückgelassen. Wir halten hier erstmal die Stellung. Und wenn du ihn tragen musst, bewegt eure Arschi hierher. Ja, Sir. Sind unterwegs. Och ne, weiß ganz genau, was das bedeutet, oder? Wir müssen diese Brücke sichern, bis Finn zurückkommt. Verstanden? Was soll mich denn dagegen machen? Sind das Fallschirmjäger? Sind das Zombie-Fallschirmjäger? Sind keine Zombies. Fast das gleiche wie Zombies. Nein, das sind Wänden und das gleiche wie Plagers. Was? Uuuuh. Wo ist der Frechdax? Da drin. Ganz im Ernst, ne? Warum muss der so hart drum zittern? Ich glaube, er kommt an. Finn! Gib deine Position durch! Ich bin unten an der Leiter, Sir. Ich bin gleich da! Hast du den Typ, der im Zug war? Mit Raketenwerfer? Hier, Sir! Äh, ich glaube nicht. Okay! An die Arbeit! Wir müssen ihrer Verstärkung den Weg abschneiden! Spreng die Birken! Wir gehen mit dem Munizum! Ja, Sir! Ja, ne? Oh, piece of candy! Ich bin sehr froh, dass dieser riesige Panzerwagen mich schießt! Ich werde jetzt den Sprengstoff platzieren! Dann mach! Gut! Beeil dich! Also die, die Schlitttypen sind dann richtig nervig. Oh, er ist noch einer. Beine sind auch mutiert. Alles klar. Zur Sprengung bereit! Vorüber! Zurück und in Deckung! Oh! Captain! Da kommt ein Eisenbahngeschütz! Lassen Sie es so nah wie möglich rankommen, bevor Sie zünden! Finn! Jetzt kommt's auf dich an! Verstanden! Ich glaube, Sona mussten die das nun auch wieder nicht machen. Können froh sein, dass das Teil nicht geschossen hat. Ja, ne? Darauf erst mal ein Schluck Tee. Dann werden Sie uns helfe. Was ist das für? Das ist für Sie. Ich habe mich hier nichts gemacht. Es gibt hier schon viele andere. Ich gehe jetzt gerne. Was ist die Rekon? Das ist einwehrko- und die Schicksal, die sich am Hierraum bestimmten zu binden. Ich weiß, ob ihr lange nicht in der Entwicklung liegt. Wie sind Sie das? Claire. Moment. Sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Captain, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ und Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flak-Arterie. Schreiten Sie sie aus. Alpha Team, verstanden. Wartung. Großes Fallobjekt auf dem Radar geoffert. Es kommt direkt auf den Zug. Amazon Drohendelivery. Wir reden später. Jetzt suchen Sie sich sofort Deckung. Alpha Team, komm. Hier spricht Echo. Diese drei Flakke-Schütze machen uns Probleme. Verstanden, Echo. Wir werden uns darum kümmern. Ich will ja nicht spoilern, aber... Jedes Mal, wenn so eine Überschneidung kommt... Ich habe euch in Frage. Bringen Sie sich in Sicherheit. Ich habe euch schnauze. Ich habe keine Sorge. Ich kann auf mich aufpassen. Aber Sie brauchen Hilfe. Mann. Noch sollten erwarsam meine Überlebenschossen besser aussehen. Ich bringe jetzt Sprengladungen an der Flak an. Aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir nur das Schatten geschossen. Ach, das ist der Typ. Ja, das ist Jake. Ja, ich habe auf ihn geschossen erstmal. Was ich sagen wollte ist... Jedes Mal, wenn so eine Überschneidung kommt... ... bedeutet, dass wir es in einem anderen Szenario auch spielen werden. Wie? Kannst du nicht arbeiten? Oh, hey. Was mache ich hier? Das ist eine gute Frage. Was machst du da? Ich ziehe an seinem Stecker und stecke rein. Aus dem Baum kannst du so nicht arbeiten, du Vollidiot. Er ist zu nervös. Weißt du, was eine bessere Frage ist? Ach, wenn uns wäre die Flak nicht gegen das Vieh. Warum sind das Flak Viehlinge? Nehmen wir jetzt Sprengladung an. Ja, ich lock den mal weg. Was macht ein Viehbein denn hier? Was macht ein Viehbein denn hier? Was macht ein Viehbein denn hier? Ladungen angebracht! Alle sofort zurück! Ey, ich bin hier hinten. Nur noch zwei Geschütze! Okay, auf zum nächsten Ziel! Ich weiß nicht wieso, ich habe das Gefühl ich werde nicht von ihm getroffen werden. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Oh oh. Wo komme ich jetzt da rein? Weit auf der anderen Seite ist eine Tür. Obwohl der blaue Pfeil ist, ist die Tür. Ach da. Alles klar. Ja. Das ist League of Evil. Ich habe ihn umgebracht. Okay. Ich bringe jetzt Sprengladungen an der Flack an, aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Hier unten sind 4000 Fähigkeitspunkte. Jetzt soll ich hochgehen und ihm helfen. Ich helfe Ihnen. Nicht helfen. Machen. Bringe jetzt Sprengladungen an. Oh hallo. Was hat er denn da gefunden? Oh hallo. Achso. Ja. Da habe ich wohl auf mich schon geschossen. Oh hallo. Ich fern einfach runter. Gute Arbeit Alpha. Noch ein Geschütz. Eine weitere BOW nähert sich dieser Position. Aufricht jetzt. So wie hatten wir bei Herz 2 verloren. Der Läufer. Bereit machen zum Feuern. Nur noch eins. Alle Mann in den unterirdischen Gang. Oh scheiße. Ist hier bei mir. Viel Spaß. Ich habe erstmal den Gegner getebackt. Ja. Bestimmt nicht weil ich die Waffe wechseln wollte. Da ist ein Kraut. Ja ich habe sogar Platz dafür. Wo kommst denn du jetzt eigentlich auf einmal her? Ähm. Das wird verpiss dich. Ja ich wollte da draußen mit dem Vieh nicht alleine sein. Weißt du. Ah beschüchternd. Oder es ist zu hässlich für dich. Oh Gott. Ich glaube er hat dich gehört. Du hast ein bisschen auf die Decke auf. Die ist nicht so sicher. Ja ich sehe schon. Was? Das war meine. Wieso habe ich das durch drei Wände gemerkt. Scheri. Was hast du hier bei mir? Ja. Kannst du dich nicht mehr nützlich machen? Könnt ihr die Asima ablenken. Jetzt stampft ihr direkt vor mir rum. Ich komme hier gerade nicht so raus. Danke. Ah. Mein Gesicht. Sliper. Ich bringe jetzt Springladungen an der Flak an. Aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Warum bin ich jetzt auf einmal hier? Letzte Frage ist warum ist jetzt auf einmal ein Fahrzeug? Ist das der Kettensäger? Ich bin jetzt auf Elektro zurück. Achso. Ich ziehe mir seinen Penukle raus.